Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes, mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr zu einem weiteren Video eingeschaltet habt. Über 44.000 Euro Gewinn in den letzten 6 Jahren auf eine ganz entspannte Art und Weise. Glaubt ihr, das wäre möglich gewesen? Ich zeige euch heute auf jeden Fall, wie ihr das in den letzten 6 Jahren geschafft hättet und werde euch Ideen an die Hand geben, wie ihr das vielleicht auch in den kommenden 6 Jahren schaffen könntet. Von daher freut euch auf ein positives Video, welches mal wieder extrem viel Optimismus nach draußen bringen soll. Ich glaube fest an dieses Hobby, ich glaube fest daran, dass auch weiterhin viel bei Pokémon möglich sein wird. Von daher, hoffentlich seht ihr das so auch. Schreibt mir gerne im Laufe des Videos in die Kommentare, wenn ihr zu irgendwelchen Themen in die Diskussion gehen wollt. Bevor wir mit den Themen des Tages starten, möchte ich allerdings nochmal mein Giveaway auflösen vom 2-Jahre-Special von Project Noah. Dieses Artwork-Set von Drachenwandel geht an Estref Usoynowski. Vielen Dank für deinen tollen Kommentar. Ich hoffe, du freust dich über dieses Artwork-Set des geilsten Sets aus Schwert und Schild. Und weil wir bald Weihnachten haben und weil ich auch nochmal großes Dankeschön an euch richten möchte, werde ich ab sofort in jedem Video in 2023 noch ein weiteres Artwork-Set von Drachenwandel verlosen. Wie könnt ihr mitmachen? Abonniert den Channel, liked die Videos und kommentiert in dem heutigen Video nach Tara. Und dann habt ihr die Möglichkeit, dieses Artwork-Set zu gewinnen. Wenn noch 7, 8, 9 Videos kommen, werdet ihr also noch viele Möglichkeiten haben, in diesem Jahr auch von diesem Channel mit einem richtig geilen Produkt zu profitieren. Ich habe in einem Pokestream und einem daraus resultierenden Short mal erzählt, wie man auf ganz entspannte Art und Weise sich eine richtig teure Sammlung aufbauen kann und quasi auch in Pokémon-Produkte investieren kann. Und zwar habe ich gesagt, kauft euch von jedem Display, welches auf den Markt kommt, 2 und verkauft 1 davon, wenn es sich im Preis verdoppelt. So habt ihr dann ein Display in eurer Sammlung übrig, welches einen guten Wert hat, welches auch noch weiter im Preis steigt, für welches ihr aber keinen einzigen Euro bezahlt habt, weil das Display, was sich ja im Preis verdoppelt, den Einkauf des übrig gebliebenen Displays wieder refinanziert. So möchte ich heute gerne in diesem Video mit euch vorgehen. Und zwar möchte ich mir sämtliches Sonne- und Mond-Display angucken und wir nehmen an, dass wir jedes Display, welches wir gleich sehen für einen Einkaufspreis von 115 Euro eingekauft haben. Das bedeutet, wir kaufen von jedem Display 2 zu jeweils 115 Euro und wenn das Display sich im Preis verdoppelt, in unserem Rechenbeispiel verkaufen wir eins. Und ich werde euch am Ende zeigen, welche Summen mit dieser Vorgehensweise, mit dieser Strategie in den letzten 6 Jahren möglich gewesen wären. Und jeder, der jetzt sagt, ach Sonne und Mond war ganz anders bei Schwert und Schild und bei Karmesin und Popur wird das nicht möglich sein, dem kann ich jetzt sagen, ich freue mich auf die Videos, die dann in ein paar Jahren folgen, denn ich bleibe weiterhin optimistisch, erst recht, weil die Schwert- und Schildera in meinen Augen noch viel stärker war als die Sonne- und Mond-Ära. Aber lasst uns doch nicht zu viel Zeit verlieren und direkt in die Displays und in das Rechenbeispiel gehen. Sonne- und Mond-Base war das erste Set aus dieser Ära. Ich nehme mal einen Durchschnittspreis, den ich die Tage auch von diversen Händlern ermittelt habe. 300 Euro ist das Display aktuell wert, bedeutet, wenn wir dieses Display zweimal für je 115 Euro eingekauft hätten, dann hätten wir uns bei 230 Euro von einem Display getrennt und hätten jetzt ein Display in der Sammlung, welches 300 Euro kostet, wir aber für dieses Display im Endeffekt in der Rückrechnung nichts bezahlt hätten. Stunde der Wächter, Guardians Rising war das zweite Display aus dieser Ära. Der günstigste Preis liegt hier auf Cardmarket bei 500 Euro. Wir nehmen aber mal an, dass dieses Display aktuell 300 Euro wert ist. Das ist so der Preis, den ich so aus meiner Recherche analysiert habe. 300 Euro bedeutet, wir hätten uns auch hier im Laufe der Zeit von einem Display bei 230 Euro getrennt und hätten jetzt ein Display in der Sammlung, welches einen Wert von 300 Euro hat. Burning Shadows, das dritte Set aus der Sonne- und Mond-Ära. Dieses Display kostet aktuell ca. 380 Euro, also auch dieses Display teuer geworden. Bei 230 Euro haben wir uns von diesem Display getrennt und hätten jetzt noch eins bei uns in der Sammlung mit einem Wert von 380 Euro. Crimson Invasion, kann ich jetzt schon sagen, ist das einzige Set, welches wir noch zweimal bei uns im Bestand hätten, denn hier hat noch keine Preisverdopplung stattgefunden. Der aktuelle Preis liegt bei 190 Euro. Es dauert also nicht mehr allzu lange, bis wir das zweite Display verkaufen und das übrig gebliebene Display sozusagen for free ist. Hier haben wir also noch zwei Displays für 115 Euro EK bei uns im Bestand und warten quasi, bis die Verdopplung stattfindet. Ultra Prisma, auch ein Display, welches in den vergangenen Monaten sehr stark performt hat. Aktueller Preis liegt hier bei 675 Euro im Durchschnitt. Bedeutet, auch von diesem Display hätten wir nur noch eins bei uns im Besitz. Wie gesagt, mit diesem Wert von 675 Euro. Grauen der Lichtfinsternis, also Forbidden Lights, auch das Display. Ich habe hier mal mit 480 Euro gerechnet. Ja, ein Display, welches super teuer geworden ist, obwohl wir gar nicht so viele starke Karten haben. Auch das wieder ein schönes Beispiel, was in dem Hobby mit der Zeit mit immer weiter selten werdenden Produkten passieren kann. 480 Euro, also nur noch ein Display bei uns im Bestand, weil unsere Strategie ja so aussieht, dass wir bei Verdopplung, also bei 230 Euro, ein Display verkaufen, damit wir das eine bei uns noch for free in der Sammlung haben. Celestia Storm, ein Display mit 3 Quasal-Chase-Karte. Aktueller Wert, Preis für dieses Display beträgt 700 Euro. Zumindest das, was ich hier bei mir in die Rechnung mit reingenommen habe. 700 Euro bedeutet auch hier wieder, wir haben uns von einem Display bei 230 Euro getrennt und hätten jetzt noch das zweite Display, wie gesagt, für 700 Euro bei uns in der Sammlung oder im Business-Bestand oder für ein Investment beiseite gelegt. Lost Thunder, ein Display mit Lugia-Chase-Karte. Der aktueller Wert 575 Euro, wie gesagt, wenn ich mir mal so auch die deutschen Händler anschaue, bedeutet, dieses Display haben wir einmal noch bei uns in der Sammlung mit einem Wert von 575 Euro, weil wir uns vom zweiten auf der Reise getrennt haben. Team-Up, das stärkste Set aus der Sonne- und Mond-Ära. Ein Display, welches richtig stark in den vergangenen Monaten performt hat. Oftmals ist es ja so, die Displays steigen, peu a peu und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo Menschen merken, sie werden seltener, sie werden rarer und dann explodieren die Preise. Keiner von uns weiß, wann das ist. Ja, in einer Zeitrange von ca. 5 Jahren ist es aber sehr wahrscheinlich, wenn wir mal so auf die Geschichte zurückblicken, dass das passiert. Nehmen wir einmal an, wir haben zwei Displays für 115 Euro gekauft, dann haben wir uns von einem bei 230 Euro getrennt und das übrig gebliebene Display ist aktuell 1700 Euro wert. Also gefühlt nichts bezahlt und 1700 Euro an Wert. Das nenne ich doch mal eine starke Leistung. Unbroken Bonds, auch das ein geiles Tag-Team-Set. Aktueller Preis, den ich hier bei mir veranschlage, sind ca. 600 Euro. Also auch hier nur noch ein Display bei uns im Bestand mit einem Wert von 600 Euro. Unified Mines reiht sich da in diese Riege ein. Auch das ein tolles Set. Aktueller Preis, 800 Euro auf Englisch. Wie gesagt, von den Händlern, die ich hier im Durchschnitt herangezogen habe. Bedeutet auch hier, von einem Display haben wir uns bereits getrennt und eins ist weiterhin bei uns in der Sammlung. Welten im Wandel, das letzte Set aus der Sonne und Mond Ära und für mich das zweitbeste aus dieser Ära. Aktueller Preis liegt bei 850 Euro. Bedeutet, eins haben wir noch bei uns im Business-Bestand, von dem zweiten haben wir uns bei 230 Euro getrennt, sodass wir hier 800 Euro im Wert verzeichnen können. Das waren sämtliche zwölf Displays aus der Sonne und Mond Ära. Nehmen wir jetzt an, wir hätten von jedem Display zwei gekauft. Für je 115 Euro hätten wir nur noch Crimson Invasion bei uns im Bestand, welches wir noch zweimal als Display in der Sammlung haben. Nehmen wir Crimson Invasion jetzt hier raus, hätten wir also elf Displays bereits verkauft und hätten elf Displays bei uns noch im Bestand, für die wir im Endeffekt nichts bezahlt haben und die einen aktuellen Wert hätten von 7.360 Euro. Ich finde, eine richtig krasse Summe, wenn man bedenkt, dass man eigentlich nichts für diese 7.360 Euro bezahlt hat. Irgendwo hat man ja doch schon was bezahlt, aber durch die Verkäufe hat man sich den Einkaufspreis ja wieder reingeholt. Spielen wir das Ganze mal offensiver. Wir hätten keine zwei Displays pro Set gekauft, sondern sechs Displays, also ein Case und hätten uns bei Preisverdopplung von drei Displays getrennt. Dann hätten wir jetzt einen Wert in unserer Sammlung von 22.080 Euro, für die wir im Kern nichts bezahlt hätten. Und spielen wir das Ganze noch offensiver und jetzt kommen wir zu der Zahl aus der Thumbnail und hätten zwei Cases pro Set gekauft und hätten uns von einem Case bei Preisverdopplung getrennt. Dann hätten wir nun einen aktuellen Warenwert von 44.160 Euro, für den wir im Endeffekt nichts bezahlt haben. Und das ist, finde ich, eine richtig krasse Nummer und eine richtig starke Zahl, die mir super viel Mut gibt, genauso weiterzumachen beim Investieren in Pokémon-Produkte. Denn ich sage es euch, es ist weiterhin sehr viel in diesem Hobby möglich. Für mich ist Schwert und Schild noch besser als Sonne und Mond und für mich bringt auch Karmelsin und Purpo sehr, sehr viel mit. Und der große Vorteil bei Karmelsin und Purpo ist, dass wir ja deutlich günstiger an die Displays kommen. Wir haben ja teilweise schon die Möglichkeit gehabt, für 80, 90 Euro zuzuschlagen. Das bedeutet, dass wir bis zur Preisverdopplung gar nicht so lange warten müssen, wie vielleicht bei den Sets und bei den Displays aus der Sonne und Mond-Era. Obwohl, das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Ich bleibe auf jeden Fall weiterhin optimistisch. Schreibt ihr mir doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Rechenbeispiel findet, ja, und ob ihr genauso viel Potenzial in den kommenden Ehren seht. Wie ist eure Strategie? Haut es gerne in die Kommentare. Das würde mich brennend interessieren. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit, ja. Sage wie immer, bleibt gesund, bis bald. Und denkt ans Abonnieren, ans Liken und ans Kommentieren. Ab diesem Video, in jedem Video in diesem Jahr, ein Artwork-Set von Evolving Skies auf Deutsch zu gewinnen. Ciao, ciao.